Musik Oh ja, unterkühlt Uiuiuiuiui, wir sind doch ein bisschen spät drauf eingegangen, hier auf die Leine also ich war ein bisschen dolly Ein Wolf Scheiße Ach ich hätte einfach Ich hätte einfach machen müssen Ich hätte einfach machen müssen Hauptsache rinnen hier Oh jetzt haben wir uns auch noch Verstauchtes Handgelenk zugezogen Ja was solls Ein Wolf hat sie schon mal erlegt Euer Ernst Hin und herztelefonieren Ich dachte die ist hier Hallo Hallo Das ist das du? Molly? Ja Look sorry I bailed on you But I couldn't take a chance and wait One of those big bastards broke into the barn And as luck would have it I'd left my bow in here last summer Completely forgot Anyways Grace? Took care of that son of a bitch Molly I was in your basement Right So? I um I found the body Shit Molly who is Who was it? Yeah man None of your business I told you to stay out of my shit Huh An old flyer for a town meeting of some kind Sehr gut Äh Ach du Scheiße Haben wir Viel Okay wir sind Wir sind ein Wrack Ist das eigentlich richtig was wir machen? Warte mal Verband Verband Einfach nur gegen Schmerzen brauchen wir Schmerzmittel Mehr nicht Ich glaub das hat diese Symbole hier ne Ja Genau Alter Pfeilt man sich so viele Tabletten rein? Das soll keiner nicht gesund sein Kurz Schon mal gut Dass uns das Spiel so viel gegeben hat Eine Laterne haben wir ja oder? Nicht Doch Die ist aber nicht mehr ganz voll Ah nein Die kann man nicht mitnehmen Die ist kaputt Schade Schlafsack kann man immer gebrauchen Erstmal aufhören Das brauchen wir jetzt Bevor wir wieder raus gehen Oh je Oh je Perfekt Wie viel macht das plus? Da steht grad ich gar nicht da Dabei Gut Nochmals Eine Stunde Ah ja ne Äh Garen Haben wir denn irgendwas Zu essen? Ne Nice Ah ne Wollen wir aber Wir können Auf jeden Fall was trinken Scheiße Einmal zedernholz verschwendet So hätte man ja So viel hätte man jetzt gar nicht reinfeiern müssen Das war jetzt ein bisschen dämlich Egal Mach mal einfach so viel Wasser Wie wir noch können Ah nein Nicht aufheben So So findet thompson's wegekreu wegekreuz ok zum glück hat der schneesturm aufgehört mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ta-di-di-du-da-da Jetzt können wir auch wenigstens wieder in die Ferne blicken Nein, ich treffe nie, ich treffe nie, ich treffe nie, die Konsole ist kacke zum Ziel, das gibt es doch nicht, das gibt es, oh nein, ey komm. Das gibt es doch einfach nicht, ups, habe ich zu viel genommen, oh ne, bitte, bitte nicht, ich hätte Angst, wenn wir den erst geschlagen haben. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen schwer für mich für Konsole, ich bin nicht so der Shooter-Typ, ich habe früher mal sehr gerne geshootert, muss ich wirklich dazu sagen, also halt normales Zeug wie COD und so, was früher halt noch ein bisschen in war, denke ich mal, aber ich kann es halt nicht mehr. Ja, und über Konsole ist gerade vor allem besonders schlimm, ich bin eher der Adventure-Mystery-Action-Typ. Wir haben keine Brechstange mehr, ich vermisse das, oh, wir haben einen Stoff, Schnauze-Wölfe, wo bist du, wo bist du, ich habe hier diesmal ein Auto als Schutz. Mach dich weg. Nichts. War hier jemals überhaupt mal was? Na gut. Oh, hier, oh. Okay, aber vielleicht sollte ich auch nicht so auf Muni-Verschwendung gehen. Erstmal den Wolf angeschossen, der ganz weit weg war, wo ich einfach nur in die andere Richtung gehen konnte, war vielleicht auch ein bisschen doof. Aber ich dachte mir, ich dachte mir aber auch in erster Linie sicherheitshalber einfach anschießen, damit er verschwindet. Warum bin ich mir wegen dem Wolf hier einen weg? Oh, das war nicht gut. Wie viel können wir nur tragen, eine Menge? Hups. So, oh Gott, wir müssen noch eine Weile laufen. Hoffentlich gibt es da auch Medizin. Oh je. Tote Gefängniswache. Oh, Memo des Gefängnisses von Schwarzfels. Nein, ich wollte es mir angucken. Von Wachmann Grey. Von regionaler stellvertretender Kommissionär Stevens Schwarzfels Verlegung. Haben wir zusätzliche Beamte für die kommenden Insassenverlegung abgestellt? Die Straßenbedingungen auf Großer Bär sind bekanntermaßen nie gut, aber dieses Jahr offensichtlich noch schlimmer als sonst. Wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Hilfe haben, wenn wir sie brauchen. Wie Sie wissen, wird diese Bande es uns nicht leicht machen. Grüße, Herr Stevens, stellvertretender Kommissionär. Ich suche die Umgebung. Aha. Äh, da war Stoff dran. War okay, sammle die Stöcke ein, ist alles auch gut. Ein Hirsch. Obwohl auch... Oh, oh, die Kälte geht runter. Oh nein, der Schneesturm. Vielleicht können wir uns da wieder warm halten. Wir brauchen erstmal keine Hirsche. Ah, da, da haben wir auch noch Notfallshalber zu essen. Aber erstmal... Dahin bietet kein Schutz, weil es ist offen. Das ist auch nicht gut. Wow. Ich hab kein Glück. Wohl, solange ich am Leben bin, ist alles gut. Ah, Blutverspritze Notiz eines Straftäters. Eine Blutverspritze... Gut, ja. Ich wollt's wieder lesen. Mist, falsche Knopf gedrückt. Hä? 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 Dieses Papier trieft schon vor meinem Blut. Ich bin als einziger übrig, diese Feiglinge. Irgendwas hat mich gebissen. War ein Fehler. Mattis oder Mattis zu folgen. Kein Anführer. Ihm ist es nicht zu trauen. Ihm ist nicht zu trauen so. Nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Naja. Ah, Spechervorgang. Oh, viel zum... Wow. Holy! Wie viel Kohle will es mir geben? Obwohl, wir halten noch ein bisschen durch. Wir halten noch ein bisschen durch, würde ich meinen. Oh. Da würde ich vielleicht später... Ich kann doch jetzt nicht da hingehen. Ich muss... Ich muss erstmal zum Haus. Mich erholen. Mich verbinden. Alles mögliche. Noch kann ich nicht... nicht mehr viel ausrichten. Auf zum Haus. Einfach auf. Einfach zum Haus. geht das? uck, euch. Gut. Arg. Engelenas, τι... euch besser. Du Harst... auch... Aber ich kenne die Umgebung auf jeden Fall etwas aus dem Survival-Modus schon. Ja. Aber da ist schon mal die... Warte, die Scheine. Da könnten wir kurz Unterschlupf suchen. Wollen wir mal kurz gucken, ist hier was drin? Nee. 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 Hinten. Nee. Wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wow. Ihr habt ihn nicht gesehen. Alter, lass mich doch einfach dahin. Legt ihr die Waffe wieder weg? Legt ihr die Waffe wieder weg? So rum. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. Wolf. Fleisch. Wir brauchen was zu essen. Dieses Mal treffe ich. Äh. 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 Also mit dem... Äh. Mit dem Gamepad von... Der Switch ist auch komisch. Ja, geh weg. Ist auch wirklich komisch. Der Hirsch rennt auch direkt weg. Nein, wir haben ja kein Messer. Nein. Nein. Es läuft alles schief. Und das ist auch alles offen, obwohl da hinten ist die... So scheine. Hat grad was gebellt? Hat was gebellt? Oder die hat wahrscheinlich grad Geräusche gemacht. Wurz' gucken. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nein. Hm, 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 hm. Nee. Ja, lauf, Wolfsfutter. Ja, ja, ich mach. Ja. Nein. Scheiße. Auf. Rein. Ja, ich mach.